Hören Sie mir gut zu. Ihre Frau ist entführt worden. Seien Sie Punkt halb fünf in dem Parkhaus in der Vatascha-Straße. Laut steht auf Ebene zwei ein ganz besonderer Wagen bereit. Sie können ihn gar nicht verfehlen. Stehlen Sie ihn. An dem Fahrzeug sind innen und außen Kameras angebracht. Ich werde jeden Ihrer Schritte beobachten. Fahren Sie zur Nordspitze der Stadt. Dort werde ich Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Es ist lange her, dass Sie am Steuer gesessen haben. Sie werden Ihre Angst überwinden müssen, wenn Sie sie retten wollen. Ihre Frau ist wirklich sehr schön. Befolgen Sie meine Anweisungen ganz genau, wenn Sie Ihre Frau wiederhaben möchten. Wenn Sie zu den Bullen laufen oder wenn Sie geschnappt werden, wird sie sterben.